Ja, ich hab echt wirklich Angst da. Der Schall geht echt krasse Wege. Da ist das Flugzeug. Da ist der Schall etwa. Ich messe jetzt so eine Passagiermaschine, die ist etwa 100 Meter lang. 20, 21, 80 Meter pro Sekunde zurückgelegt sind. 80 Meter pro Sekunde zurückgelegt. 300, 400. Beschleunigt, deswegen ist es auch so laut. Und schneller, ja. 20, 21, 200, 800 Sachen. Ich fürchte, ich kann hier in Berlin nicht wohnen bleiben. Ich hatte wirklich gerade, mir war so, als wenn das Flugzeug, was da hinten kam, irgendwas sehr kleines verfallen lassen. Da fiel mir nichts anderes ein, außer hier zu kauern. Ich kann ja nicht mehr leben in Berlin, glaub ich.